Ja, dann grüße ich euch alle ganz herzlich, ihr wundervollen Seelen da draußen. Schön, dass ihr einschaltet hier zu einer weiteren Folge oder einem neuen Video auf dem Kanal Raise Your Frequency, erkenne dein Licht. Wie du sehen kannst, bin ich heute nicht alleine zugegen, sondern habe jemanden mitgebracht und zwar meinen lieben Freund und Bruder Lukas. Schön, dass du da bist, Lukas. Und ja, schön, dass ich da sein darf, lieber Philipp und ja, liebe Zuschauer. Vielleicht noch kurz die Verbindung von mir zu Lukas oder was du machst. Also du betreibst selber auch einen YouTube-Kanal mit dem Namen Neue Erde. Und ja, das ist auch gleichzeitig wohl die Verbindung. Wir arbeiten beide, würde ich sagen, haben die gleichen Ideale, die wir verfolgen, versuchen, das Licht hier auf die Erde zu bringen, durch uns zum Ausdruck zu bringen. Du bist ja spiritueller Impulsgeber und wir beide kennen uns vor allem auch durch die Verbindung zu Amra Mikhail Ivanov. Also so haben wir uns kennengelernt in Persona in der Dübener Heide im Wald. Genau, das war richtig schön. Und ja, ich bin immer wirklich unglaublich dankbar, wenn ich, ja, wenn so jüngere Menschen auch erwachte, junge erwachte Menschen meinen Weg kreuzen. Und nicht, dass ich nicht auch mich genauso freue, wenn ich ältere erwachte Menschen treffe. Aber da ist doch noch, also wir haben ja noch so viel vor uns, sage ich mal, nicht, dass das Leben der anderen vorbei wäre. Aber ich meine, bei uns geht es jetzt darum, hier noch richtig anzupacken und eben jetzt zusammen auch zu kollaborieren. Und das ist immer wieder wunderbar. Und deswegen freut es mich, dass wir uns gefunden haben. Genau, ja, du sprichst das schon an. Also ja, eine wahre Veränderung findet nur statt, wenn auch die Jugend sozusagen gewonnen ist. Also wenn auch die Jugend erwacht ist, wenn auch die Jugend mitzieht. Und ja, natürlich würde ich mich auch freuen, wenn eine noch jüngere Generation als wir ja diesen Weg mit uns bestreiten würden. Also zum Teil ist das ja auch der Fall. Aber ja, ich sage jetzt mal so, die Hauptzielgruppe der spirituellen Menschen sind ja doch eher ältere Generationen. Absolut. Das ist so. Meistens braucht man irgendwie, so ist so die Statistik wahrscheinlich, braucht man irgendwie so eine Midlife-Crisis. Mindestens eine, bis man irgendwie anfängt, das Ganze wirklich in Frage zu stellen. So habe ich den Eindruck. Wobei, wie meinst du, wie siehst du das? Es sind jetzt hier viele sogenannte Starseeds oder eben solche Seelen, die in die neue Zeit inkarnieren, die jetzt mit hierher kommen, um wirklich die neue Erde aufzubauen. Oder ja, die Frage ist, wo sind die? Warum sieht man die jetzt noch nicht? Wo sind die? Also das ist natürlich eine gute Frage. Also wie du eben sagtest, also du hast eben die Midlife-Crisis angesprochen. Also dass es für viele erst mal so einen Moment braucht, der auslöst, dass man das ganze eigene Leben hinterfragt. Ja, also für viele braucht es erst mal so in gewisser Maßen eine Krise, bevor sie dann ja eben merken, hier stimmt was nicht. Und bevor sie dann halt auch lernen, Dinge aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen. Also das macht für mich einen großen Teil des spirituellen Bewusstseins aus, dass man halt eben auch von einer anderen Perspektive, von einer Vogelperspektive auf die Dinge schaut, als jetzt die Perspektive, die einem jetzt als Kind in den Institutionen vermittelt wird. Ja, absolut. Und ich meine, ich habe mir jetzt gerade so den Gedankengang auch gehabt. Im Grunde ist es ja auch genauso wertvoll, mit den älteren Generationen also zu arbeiten. Es ist jeder erwachte Mensch ist immer unglaublich wertvoll, auch in der Hinsicht, dass das ja wiederum Teile in der Regel sind von Familien. Ich meine, wenn jetzt die Eltern erwachen, dann ist so funktioniert ja im Grunde auch Erziehung. Also es geht ja nur darüber, dass es jemand anderes einem vorlebt. Jemand, der einen stetig begleitet. Im besten Falle ist das also ein Elternteil oder sogar beide. Also ja, das sehe ich auch eine sehr große Aufgabe, gerade der älteren Generationen auch. Also ich weiß, dass ja ein Großteil der Menschen, die dieses Video hier schauen, werden wahrscheinlich auch älteren Generationen angehören. Also du hast ja gerade gesagt, ich habe auch einen YouTube-Kanal und bin ja da auch in der Lage, die Statistiken mir anzuschauen und sehe da ja auch ganz genau, welche Altersgruppe in erster Linie die Videos schaut oder spirituelle Videos schaut. Und auch im Austausch mit anderen spirituellen Kanalbetreibern, ja, habe ich sozusagen herausgefunden, dass es sich dabei hauptsächlich um ältere Menschen handelt. Und ja, ich sehe auf jeden Fall auch bei den älteren Menschen eine große Aufgabe darin, auf die jüngeren Generationen zuzugehen, also mit ihrer Weisheit, mit ihrem spirituellen Wissen. Und ja, so den ein oder anderen Funken zum Glimmen zu bringen. Also ja, die, also viele ältere Generationen, die schimpfen ja oft auf die Jugend oder sagt ja, die Jugend, die müsste mehr so sein, mehr so sein. Aber ja, sie haben halt letztendlich aber auch eine entsprechende Vorbildfunktion in gewisser Weise. Ja, also wirkliche Erziehung, wirkliche Bildung geschieht meiner Ansicht nach nur über Vorbilder. Ja, also man kann Kindern noch so viel erklären, noch so viel rationale Beispiele bringen. Letztendlich ist es das Vorleben, was, ja, was das Kind dazu animiert, einen bestimmten Weg zu gehen. Und ja, gerade in unserer aktuellen Zeit sollte man sich dessen viel, viel mehr bewusst werden, dass auch so diese ganzen Phänomene, die politischen Phänomene, ich spreche jetzt nur mal so Klimakleber an oder auch jetzt Transgender, LGBTQ-Bewegungen, die von vielen älteren Generationen kritisiert wird, dass die ja letztendlich auch irgendwo eine Ursache des Handelns der älteren Generationen sind. Also ich will hier keinesfalls die Schuld irgendwem spezifisch zuschieben. Aber man muss sich natürlich auch immer die Frage stellen, warum ist die Jugend so empfänglich für bestimmte Ideale oder für bestimmte Vorbilder, Rollenvorbilder? Und ja, also da trägt natürlich die Erziehung oder die Ideale, die Idole, die sie hatten, trägt da einen großen Teil zu bei. Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Und ich meine, da muss man wahrscheinlich schon ein bisschen differenzieren. Wir sprechen hier von dem Kollektiv der älteren Generation. Ich bin mir ziemlich sicher und weiß auch um die Angehörigen dieser Community hier, dass die natürlich alles in ihrer Macht, denke ich, hier tun immer wieder, habe ich die Meinung. Das erzählen die mir auch, dass sie hier versuchen, auf ihre Kinder irgendwo einzuwirken oder auch auf die Enkelkinder. Und letztlich reiten man, reiten die da gefühlt immer wieder gegen Windmühlen, wie man so schön sagt, die wollen ja oftmals nicht. Oder es ist schwierig, da irgendwie eine Sprache zu finden oder diese Kluft zu schließen. Besser wäre es ja dann fast, wenn die jungen Menschen sehen, wenn es also mehrere tatsächlich von uns auch gäbe, denke ich, die irgendwie ein bisschen lockerer sind, noch irgendwie deren Sprache sprechen, weil wir sind noch nicht so weit von denen weg. Deswegen habe ich ja auch jetzt in jüngster Zeit immer mehr und mehr diese Idee gefasst und auch lieben gelernt, dass ich mehr mit jüngeren Menschen arbeiten möchte, eben genau, um diese Vorbildfunktion einfach zu übernehmen und denen auch zu zeigen, dass sie, im Grunde geht es ja nur darum, denke ich mir immer wieder, den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie in Ordnung sind, wie sie sind. Weil das ganze Ego-Trennungsgefüge habe, diese ganze schräge Geschichten entstehen ja nur daraus, dass alle sich getrennt voneinander fühlen, ja. Genau, da könnte man auch noch, ja, unwahrscheinlich in die Tiefe gehen und analysieren, warum das denn so ist, ja. Also warum alle Generationen so getrennt voneinander sind. Also was man auf jeden Fall beobachten kann, ist insbesondere, wenn man sich die jüngeren Generationen anschaut, ist, dass jede Generation sehr unter sich ist, also sehr isoliert voneinander irgendwo aufwächst. Also das war in der Vergangenheit beispielsweise nicht so. Also bis vor 100 Jahren ungefähr plus minus war es ja so, ja, dass viele Menschen in Mehrgenerationenhaushalten aufgewachsen sind, also da war dann die Urgroßmutter dann oft auch noch immer dabei. Und man hatte halt immer direkt diesen generationenübergreifenden Kontakt, ja. Und durch verschiedene Ideale, die in die Gesellschaft gebracht worden sind, also die Ideale herkommen. Der ein oder andere Zuschauer wird da wahrscheinlich auch selber eine Antwort drauf haben. Jedenfalls, ja, wurden verschiedene Lebensmodelle beziehungsweise Ideale sozusagen unter die Menschen gebracht, ja, die die Generationen voneinander abgetrennt haben, ja. Also insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg war es dann, ja, waren dann die Ansichten oder die Wertvorstellungen der älteren Generationen dann oftmals verpönt. Ja, also die wurden dann als die Nazi-Generationen bezeichnet und es war dann irgendwie uncool, mit älteren Menschen zu tun zu haben. Und ja, das trägt sich natürlich über die ganzen Generationen hinweg. Ja, also es sind damals, ja, transgenerative Traumata nennt man das halt auch, also generationenübergreifende Traumata entstanden, weil dann die nachfolgenden Generationen diese Verhaltensweisen dann auch wieder und wieder imitiert haben. Ja, also wenn die Elterngeneration eher nicht so ein gutes Bild von den Großeltern hat und du lebst das deinen Kindern vor, dann werden diese Kinder dieses Verhalten dann halt auch logischerweise übernehmen. Ja, also die Verhaltensweisen, die übertragen sich halt transgenerativ, also über Generationen hinweg. Und deswegen habe ich ja eingangs auch gesagt, also ist es meiner Ansicht nach unter anderem eine Aufgabe, die sich dir jetzt ansteht, also auch insbesondere für die ältere Generation, ja, da eben dieses Einfühlungsvermögen zu haben und auf die Jüngeren zuzugehen und von sich aus eben die Brücke bauen. Also natürlich können Menschen wie du und ich tun auch natürlich unser Bestes, um da mitzuwirken an diesem Großen und Ganzen, aber ja, von der jungen Generation kann man es halt nicht erwarten, also sage ich jetzt halt mal ganz ehrlich. Also wenn man halt etwas erreichen möchte, dann macht es keinen Sinn zu sagen, ja, mach du doch mal den ersten Schritt. Ja, also die Jüngeren sollen anfangen, weil die Jüngeren haben ja oftmals nur so eine Sichtweise gelernt, also sie sind noch nicht bei diesem Reifegrad angekommen, ja, sich vielleicht auch in andere Menschen so gut hinein zu versetzen. Also da haben halt ältere Menschen einfach einen großen Vorteil und ja, sind in ihrer spirituellen Entwicklung eben einfach schon weiter. Ja, absolut, das ist ja die Weisheit und das ist ja eben auch diese Kluft, also da, wie du jetzt anfangst, wie wir jetzt angefangen haben, wie du angefangen hast, diese Frage darzulegen, war ja, wodurch dieses Trennungsgefühl entsteht und ja, man muss sich einfach nur gucken, wo in der Gesellschaft eine Trennung stattfindet und ich meine, das ist zum Beispiel ja, überall zu sehen, die Nahrung ist, die Nahrung wird nicht mehr da produziert oder hergestellt, wo wir sind, es ist alles einfach steril, es ist alles kalt, die Liebe fehlt, es wird alles nur noch intellektualisiert und wir, ja, driften immer mehr in so innere, virtuelle Räume ab, die eigentlich gar nichts mit der natürlichen Schöpfungsordnung zu tun haben, ja, die, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, also ich kann ja nochmal was darstellen, also wo auch halt so eins der großen Problematiken besteht und du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, es ist tatsächlich so dieses Isoliertsein, die mangelnde Liebe und da fängt auch viel schon in der frühesten Kindheit an, also die Ursachen für vieles, für viele Verhaltensweisen liegen halt in der frühesten Kindheit, ja, also in den ersten drei Lebensjahren und das ist jetzt nicht nur so ein spirituelles Wissen, sondern auch psychologisches Wissen, also in den ersten drei Lebensjahren, ja, unseres Lebens hier auf der Erde bildet sich im Menschen das Selbstbild aus, ja, also in den ersten drei Lebensjahren lerne ich, ja, wer ich in etwa bin, wie mit mir umgegangen wird, wie viel wert ich bin und, ja, wir haben in der heutigen Zeit ein etwas, was sich familienfreundliche Politik schimpft, sage ich jetzt mal und diese familienfreundliche Politik, die soll es halt, ja, jungen Eltern ermöglichen, so schnell wie möglich wieder arbeiten zu gehen, so schnell wie möglich zu funktionieren und es ist halt eben möglich, dann halt Kinder in frühstem Alter schon wieder in den Kindergarten halt eben zu geben, wo sie dann halt unter staatlicher Obhut eben sind, also von Institutionen erzogen werden und wenn wir jetzt darauf zurückkommen, wir bilden unser Selbstbild, unser Menschbild prägt sich in den ersten drei Jahren aus und innerhalb der ersten drei Jahren gibt mich meine Mutter oder mein Vater halt an so eine Institution ab, also was entsteht da für ein Selbstbild im Kind, ja, also es entsteht das Bild, es ist nicht gewollt, jetzt sind hier andere da, von denen ich abhängig bin, also ich muss mich anderen Menschen anvertrauen, ich habe gar keine andere Wahl, dazu kommt ja noch, dass Kinder in dem Alter noch gar nicht rational verstehen, dass Mama und Papa arbeiten müssen, also ich bin selbst auf dem Blatt Kindheitspädagoge, also ich habe Bildung und Förderung in der frühen Kindheit studiert und auch, ja, in der Vergangenheit sehr viel mit Kindern gearbeitet und, ja, konnte diese Trennungstraumata, die da schon in frühester Kindheit entstehen, auch schon des Öfteren beobachten und erleben und, ja, also dieses Selbstbild, was in diesen ersten drei Lebensjahren entsteht, das ist auch sehr, sehr schwer, ja, rückgängig zu machen oder es ist sehr, sehr schwer wandelbar, ja, also weil insbesondere in den ersten Lebensjahren die Dinge, die wir dort erleben, die sind so wichtig und so prägend, dass es im Prinzip hinterher, im Nachhinein so gut wie gar nicht mehr möglich ist, diese Traumata noch anzugehen oder anzuschauen, einfach weil die Weltsicht, das Fundament, auf dem das ganze Denkmuster aufbaut, in dieser Zeit so stark geprägt wird, ja, also das, das ist eins der, eine der wesentlichen Ursachen, deswegen, ja, also die einzige Lösung ist eigentlich, dass Kinder wieder länger bei ihren Eltern bleiben, also dass beständige Vorbilder zugegen sind, so wie das auch in früheren Zeiten waren, ja, also nicht mit, ja, ständig wechselnden Bezugspersonen in Institutionen, sondern halt, ja, Bezugspersonen, die halt permanent da bleiben und die halt auch über einen längeren Zeitraum im Leben hinweg ein Ansprechpartner sind, ja, also vor 100 Jahren, da war mein Opa vielleicht das Vorbild, als ich drei Jahre alt war und auch noch, als ich zehn Jahre war und als, und mit 20 und heute, ja, haben wir halt noch so diese Institutionen dazwischen geschaltet und zusätzlich dann noch alle möglichen Vorbilder durch die Medien, durch das Fernsehen, die eben auch noch ständig wechseln, also, ja, es ist, es ist nicht mehr so eine, ja, es ist nicht mehr so eine Konstante im eigenen Leben, ja, also man wird ständig hin und her geworfen, man hat ständig neue Impressionen, neue Eindrücke und das führt nun mal dann eben auch zur Verwirrung, ja, und diese Verwirrung führt dann auch dazu, dass man dann möglicherweise, ja, alle Werte und Normen, die uns über Generationen hinweg übertragen wurde, dann infrage stellt und, ja, sich sehr destruktiv möglicherweise gegen die älteren Generationen wendet. Ja, es ist so, wie du sagst, ich stimme dem allem zu. Das sind die Ideologien, die uns immer wieder und ganz systematisch indoktriniert werden oder dieser Film, also ich denke immer wieder an diese Filme Inception und auch Matrix. Ich war gestern langere Zeit in der Stadt und habe die Menschen so beobachtet und das trifft es einfach so gut, den Nagel auf den Kopf, es ist unglaublich. Und ich meine, so wie du gesagt hast, ja, es ist nicht mehr cool, mit seinen Großeltern vielleicht Zeit zu verbringen. Das stimmt, also so hatte ich früher auch den Eindruck von mir, aber es war auch wirklich so, dass ich halt nie mit meinen Großeltern aufgewachsen bin. Das waren fast fremde Menschen für mich, weil ich die so selten gesehen habe in meiner Kindheit und da sieht man ja auch schon wieder, da ist auch wieder die Trennung oder die Thematik mit den Kitas, wie du sagst. Und ich meine, die Ursache dahinter wiederum liegt ja in diesem ständigen Überlebenskampf, in den wir hineingedrückt werden. Also solange wir Themen des Wurzelschakras zu bearbeiten haben, haben wir gar nicht die Möglichkeit mit dem Bewusstsein hier auf diese Herzensebene zu kommen, wie das ja jetzt auch über viele Jahrhunderte stattfand. Es ging immer nur um die unteren drei Chakren, weil auch das Herz, ich meine, aus höheren Kreisen, ich habe auch schon gechannellt das Material gelesen und da heißt es, das war gewollt so. Also die Menschheit und wir, unsere Seele, wollte auch so eine starke Trennungserfahrung machen. Insofern kann man das auch wieder wertfrei beobachten. Aber ich denke, wir sind jetzt an dem Peak angekommen und es ist ja, ist nicht ohne Grund, sagten die Rishis auch, dass jetzt das Kali Yuga vorbei ist, dieser Zyklus und wir, man merkt ja, es ist eine große Aufbruchstimmung und das heißt, wir sind jetzt soweit. Man spürt, das Herz arbeitet wieder viel mehr mit und das heißt, wir sind jetzt auf diesem Trend entgegenstrebend, dass wir das Ganze wieder aufzuarbeiten, aufzurollen haben und klar, dafür müssen wir jetzt also anfangen, Konzepte zu entwickeln, genauer hinzusehen oder vielleicht ist auch Konzepte zu entwickeln falsch gesagt. Man müsste eigentlich nur die ganzen maroden, stupiden Konzepte beiseite lassen. Das würde es vielleicht auch wieder funktionieren. Also wenn das Herz wirklich wach ist, so habe ich den Eindruck, wenn die Liebe wirklich da ist, dann braucht es kein Konzept mehr, weil dann, dann ist man in der göttlichen Ordnung und dann weiß man in jedem Augenblick eigentlich, ja, ich gebe mein Kind jetzt nicht mit einem Jahr ab, also geht's noch? Und klar, wenn du aber sagst, okay, wie soll ich jetzt meine Miete sonst bezahlen und ich will dieses Kind auch ernähren, ja, es ist schon kein leichtes Unterfangen. Ja, also ich will da auch niemanden verurteilen, der das nicht umsetzen kann. Also mir ist natürlich durchaus bewusst die Problematik, also dass viele arbeiten müssen, dass sie gezwungen dazu sind, weil sie halt eben Miete zahlen. Gerade in der jetzigen Zeit haben wir ja steigende Lebenserhaltungskosten. Ja, was meiner Ansicht nach nur wichtig ist, ist, dass man halt auch über diese Themen eben spricht, also dass man ein Bewusstsein dafür hat, ja. Also denn, wenn man ein Bewusstsein dafür hat, dann kann man natürlich auch einige Sachen kompensieren, auch beim eigenen Kind. Also es ist jetzt natürlich nicht so, dass ein Kind, was jetzt etwas früher in die Kita kommt, dass es jetzt gänzlich verloren ist. Also das ist zum Glück nicht der Fall, ja. Aber es sollte einem natürlich schon bewusst sein, dass sich halt in dieser Zeit nun mal dieses Selbstbild, das Bild von sich selbst und auch das Menschenbild eben ausprägt. Und ja, dass es halt wichtig ist, gerade in dieser Zeit sehr, sehr viel Liebe und ja, auch Verständnis für das Kind eben zu haben. Ja, also weil Geborgenheit. Wenn man halt in den ersten Jahren keine Liebe erfährt, dann wird man sich auch als ungeliebte Wesenheit in Zukunft dann empfinden, das Leben, also über das fortlaufende Leben hinweg. Also und dadurch entstehen dann halt eben, ja, psychologische Phänomene wie Narzissmus und ja, dass man viele, dass man sich die Liebe dann halt erkaufen muss, also dass man sie auf materieller Ebene dann halt eben kompensiert. Also ein Großteil der materialistischen Phänomene, die wir in der heutigen Zeit sehen, die haben auch ganz klar ihre Ursache, also meiner Ansicht nach zumindest, also darin, dass die Menschen eigentlich ein mangelndes Selbstwertgefühl haben. Also dass sie sich im Prinzip nicht geliebt fühlen und dann halt eben durch, ja, Statussymbole oder irgendwelche Sachen, die sie sich dann halt käuflich erwerben, ja, eben nach dieser Liebe eben betteln. Also ich würde sogar behaupten, dass man sagen kann, es ist ausnahmsfrei so. Jede geistige Störung, psychische Störung ist immer auf Basis des Gefühls, dass wir uns nicht wirklich vollends geliebt fühlen. Das ist ja das ewige Struggle. Also es geht am Ende des Tages immer nur um die Selbstliebe und insbesondere um die innere Kindheilung. Also ich nehme witzigerweise gerade einen Kurs auf. Ich kreiere einen Videokurs zum Thema innere Kindheilung und sehe wirklich den Schwerpunkt der geistigen, spirituellen Arbeit darin, dorthin zurückzugehen und eben diese abgespaltenen Seelenanteile kann man dazu ja auch sagen, an vielen Punkten, wo wir nicht in der Lage waren, eine Erfahrung emotional zu kompensieren, haben wir wie einen Anteil in diesem Moment von uns abgetrennt. Das sind eben genau diese Ego-Trennungsräume, die dann entstehen. Und wir schieben es sehr, sehr weit nach unten ins Unterbewusstsein, umso größer der Schmerz oder umso weiter weg auch der zeitliche Abstand, umso schwieriger wird es da hinzukommen. Aber ich würde dennoch sagen, und das hast du ja jetzt auch gesagt, dass nichts davon irreparabel ist. Also mit genügend Bewusstsein, mit genügend Liebe, die Liebe kann alles eilen. Das ist so. Das wäre ja doof, wenn du erst in der nächsten, Inkarnation irgendwie wirkliches Glück fühlen könntest. Sicherlich mag das auch sein, dass du dann wieder bessere Karten hast. Und im Grunde arbeiten wir nach meinem Verständnis jetzt dafür, dass die nächste Generation noch viel strahlender und lichtvoller wird. Und dennoch würde ich behaupten, dass es absolut möglich ist, alles, vieles zu heilen. Je nachdem, wann man halt anfängt und je nachdem, wie viel davor passiert ist. Ja, doch, da würde ich schon mitgehen. Also, ja, es ist schwer einzuschätzen. Aber alles in allem würde ich auch sagen, bestimmt kann man jegliches Traumata irgendwie heilen. Aber es ist natürlich halt, es ist natürlich klar, also je früher dieses Traumata zu verorten war und je heftiger es war, desto schwieriger kommt man natürlich hinterher auch wieder dran. Deswegen, ja, sollten wir uns bei unseren Taten, bei unseren Bestreben, ja, schon Mühe geben, dass diese Traumata gar nicht erst entstehen. Und wenn sie schon entstanden sind, dass wir dann auch ein gewisses Verständnis für diese eben mitbringen. Ja, also, dass, wenn man jetzt zum Beispiel bei Jugendlichen bestimmte Phänomene, destruktive Phänomene wahrnimmt, dass man dann halt eben nicht so ins Anti geht, sondern dass man halt eben auch Verständnis für diese Bewegungen aufbringt. Also, jetzt nochmal zum Beispiel jetzt auf die, um auf die Klimakleber, auf die Klimaaktivisten zurückzukommen. Da gibt es ja zurzeit auch so, ja, so einen großen Streit. Das wird medial auch gerade so aufgeblasen, das Thema. Und ja, da gibt es dann auch Stimmen, die fordern, ja, die müssen alle in den Knast gesteckt werden. Und da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Ja, aber auch da darf man sich mal die Frage stellen, also, was bewegt diese Menschen, diese Klimaaktivisten? Ja, also, in was für einer Welt leben sie? Und wenn man sich da so ein bisschen reinfühlen kann, da empfinde ich dann überhaupt keine Wut oder Zorn, sondern, ja, Mitgefühl. Und ich kann es mal hier gerade in die Kamera halten. Also, ich habe vor kurzem hier das Buch der Wassermann und das goldene Zeitalter von Omram Miklaivanov gelesen. Und der hat auch dazu, ja, Vorschläge gegeben, wie man mit solcher politischen Spaltung umgehen kann. Ja, und er bezog sich da, ja, konkret auf die Unruhen in Paris in den 60er, 70er Jahren. Also, da gab es auch die Anarchisten, die überall ihre schwarzen Flaggen, damals waren es schwarze Flaggen, keine Regenbogenflaggen, geschwenkt haben, die ganze Stadtteile besetzt haben, die demoliert haben und so weiter. Und da gab es dann halt eben auch, ja, eine große gesellschaftliche Spaltung. Einige haben für diese Anarchisten Sympathie empfunden, andere waren total dagegen, haben gesagt, die zerstören unser ganzes Kulturgut. Also, so die Grundsituation war im Großen und Ganzen eigentlich die gleiche wie jetzt. Und, ja, Omram Miklaivanov wurde gefragt, wie er denn dazu steht, ob er da auch mit der einen oder anderen Seite sympathisiert. Und Omram sagte, er versucht in beiden Seiten das Göttliche zu sehen. Ja, also, er versucht sich da nicht irgendwie politisch einer Seite zuzuordnen, sondern er sieht bei beiden Seiten die göttlichen Ambitionen. Und die sehe ich auch durchaus bei den Klimaaktivisten. Ja, also, es ist meiner Ansicht nach auf jeden Fall schon edel, sich für die Umwelt und für unsere gemeinsame Zukunft einzusetzen. Natürlich finde ich die Art und Weise jetzt nicht unbedingt die vorteilhafteste, wie dafür protestiert wird. Aber es ist eben halt meiner Ansicht nach sehr, sehr wichtig, da Verständnis für zu zeigen. Ja, und eben nicht zu fordern, ja, die müssen jetzt alle in den Knast gesteckt werden, das ganze Pack und so weiter. Also, wie das halt oftmals getan wird. Weil so schaffen wir nur eine immer größer werdende Spaltung. Und so radikalisieren sich dann eben unterschiedliche Bewegungen. Also, ja, also das Göttliche in allen Menschen zu sehen, ist meiner Ansicht nach ein notwendiger erster Schritt. Ja, da stimme ich dir wiederum von ganz, von ganzem Herzen zu. Also, was, was das Ganze am Ende heilt, ist das Mitgefühl. Weil sonst erschaffen wir wiederum nur neue Trennungsräume. Da ist das andere, hier bin ich. Und so weiter geht's dann. Und tatsächlich kann ich aber solche, also ich habe den Eindruck, solche politisch inszenierten Bewegungen gar nicht so sehr ernst nehmen. Natürlich haben, jeder vertritt ja irgendwo seine Ideologie und insofern kann man Verständnis haben und kann ich auch Mitgefühl für die Menschen haben. Und gleichwohl sind das ja gar nicht oftmals Ideen, die sie aus eigenem Denken heraus aus ihnen entsprungen sind, sondern das ist ja wiederum das Prinzip von Machiavelli, Teile und Herrscher. Also, ich, du bist ja auch ein großer Freund von Alexander Wagant, weiß ich, und in den Tagesenergien betont er das immer und immer wieder schon seit Jahren. Wenn versucht wird, auf der großen Bühne, also auf der Weltenbühne eine Veränderung stattfinden zu lassen, dann braucht man immer Erklärungsmodelle. Das heißt, es werden irgendwelche künstlichen Thematiken, Theaterstücke auf der Oberfläche, auf der Bühne inszeniert, damit man dann eine Begründung dafür hat, dass man hinterrücks jetzt diese und jene Veränderung vornimmt. Und Intention, das ist kein leichtes Unterfangen, da wirklich den Durchblick zu erhaschen, sonst würden ja auch nicht so viele Menschen wie die Lemminge einfach blind nachlaufen. Aber ja, dieser Prozess, ich liebe es total. Ich liebe auch Alexander Wagant. Ich bin ihm sehr, sehr dankbar, weil er dieses Geschehen, politische Geschehen einfach so wundervoll darlegt und eben die Hintergründe beleuchtet, auch auf spirituelle Dimensionen eingeht. Das ist für mich wahrer Genuss jedes Mal. Und insofern, ja, kann ich solche, ich bin mir sicher auch in den 60er, 70er Jahren. Es kann sein, dass da ein paarjenige selber die Idee hatten, aber letztendlich sieht man immer wieder, dass dahinter große, also Financiers sind aus immer den gleichen Kreisen, die dann solche Bewegungen unterstützen. Und insofern ist das Teil des Teil dieses Theaterspiels, wo ich lieber in der Beobachtungsperspektive bleibe und klar von dort aus meinen Segen und Liebe hinschicke, aber eher mein Augenmerk auf die Errichtung der neuen Erde lenke und dort eher gucke, dass ich dieses ganze Alte gar nicht mehr so in den Fokus nehme und dem meine Energie und Aufmerksamkeit schenke. Was sagst du denn dazu? Ja, ich sehe es ein wenig differenzierter, muss ich sagen. Also ich denke schon, dass man solche Phänomene schon ernst nehmen muss, also jetzt nicht unbedingt inhaltlich, also dass man sich jetzt inhaltlich so sehr damit auseinandersetzt, aber man darf sich natürlich die Frage stellen, warum nehmen diese Bewegungen diese entsprechende Ideologie eher zum Vorbild als das, was ihnen ihre Großeltern vermitteln. Ja, also warum ist diese Generation so isoliert und auch von ihrer Weltanschauung isoliert und fühlt sich ja auch offenbar damit irgendwo auch alleine gelassen, weshalb sie dann halt solche heftigen Protestaktionen eben durchführen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Also sie kleben sich ja an den Straßen fest, um ja den Politikern zu zeigen, dass sie eben gehört werden wollen, auch wenn es jetzt in erster Linie halt erst mal die Falschen trifft. Also es sind dann halt, ja, die einfachen Autofahrer, die ihre Familie ernähren müssen, die dadurch dann halt eben nicht zur Arbeit kommen und ja, es trifft letztendlich die Falschen, diese Aktionen. Und das kann man durchaus auch kritisieren, meiner Ansicht nach. Also viele Spiritualisten sagen ja so, man sollte jetzt andere überhaupt nicht kritisieren oder ja, ja überhaupt nicht kritisieren, sage ich jetzt mal. Das denke ich schon, dass das auch wichtig ist, dass man auch seine eigene Meinung dazu sagt, dass man selber schon auch auf jeden Fall Stellung bezieht. Aber man sollte vorsichtig mit dem Urteil sein. Also es gibt ja da auch diesen indianischen Spruch, Urteile über niemanden, dessen Mokassins du nicht selber getragen hast oder so ähnlich geht dieser Spruch. Und ja, es ist schon wichtig, halt ein Bewusstsein dafür zu haben, welche Beweggründe haben diese Menschen. Weil bei der Errichtung der neuen Erde geht es ja insbesondere auch darum, diese Grenzen zu überwinden, die zwischen diesen ganzen Generationen eben bestehen. Also das ist zumindest meine Vision. Also es soll wieder dahin gehen, dass wieder Großmutter und Enkel in Einklang miteinander leben. Also in Friede und Harmonie miteinander leben. Und ja, da müssen wir uns jetzt halt Gedanken machen, wie kriegen wir das hin? Also wie befeuern wir diese Spaltung nicht weiter? Wie gießen wir nicht weiteres Öl ins Feuer? Sondern ja, wie schlagen wir da die Brücken? Wie bauen wir da die Brücken? Ja, ja, da hast du vollkommen auch recht. Also wenn man sich dorthin gehend berufen fühlt, ich habe für mich entschieden, dass es das Sinnvollste ist. Nicht, dass ich eine Art von Trennung dorthin gehend ziehe oder sage, mit denen will ich nichts zu tun haben. Ich verbinde mich immer mit allen Menschen und versuche halt dort Heilung und Licht hinfließen zu lassen. Ich meine, es geht ja immer nur darum, dass man das Augenmerk auf das Positive, auf den Heilenzustand lenkt und nicht in Problemen rumstochert oder neue Probleme kreiert, unnötigerweise. Die Beweggründe sind ganz klar von all den Menschen am Ende, wie du gesagt hast, wollen Aufmerksamkeit. Es ist immer das Streben danach, geliebt zu werden. Und ich meine, dieser Satz komme jetzt dazu, gut gemeint heißt noch lange nicht unbedingt gut. Ja, also wie viele Menschen, es gibt zum Beispiel, ich und meine Familie finden Stan Laurel und den Hardy, also Dick und Doof hatten wir mal eine Phase, da haben wir das immer wieder angeschaut, machen wir immer noch gerne über Weihnachten. Und da gibt es diese Szene, wo sie aufräumen und der eine stellt was dahin und der nimmt es und stellt es wieder an die andere Stelle. Und so kann man sich das hier auf der Erde auch an vielen Stellen vorstellen. Also ich sehe diese Menschen und ich verstehe, warum sie was machen, aber sie verstehen es selber eigentlich nicht. Und das ist das Problem. Also sie irren in dieser Matrix umher. Du kannst auch die Impfthematik nehmen. Ich meine, jeder hat immer das Beste im Sinne. Jeder will das große Ganze schützen und jeder denkt, der macht das Richtige. Das ist ja, das ist Teil des menschlichen Wesens auch. Ich meine sogar, dass viele, die böse Absichten hegen, sich immer irgendeine Art von Ausrede innerlich kreieren, damit sie das wieder, weil das Gewissen ist ja irgendwo da. Vielleicht haben auch manche Menschen das gar nicht mehr. Das glaube ich schon auch. Aber grundsätzlich, ja, findet man immer irgendeinem, ein Motiv. Ja, du musst ja, es geht ja nur so. Die Schöpfung ist so aufgebaut. Du brauchst eine Ideologie. Du brauchst irgendeinen Gedanken, einen Motiv, damit es dann überhaupt in einer Tat umsetzbar ist. Und ja, wo das Ganze dann hinführt und welche Konsequenzen das hat, ich glaube, das ist der breiten Maße einfach absolut nicht bewusst. Oh, ich hoffe meine, ich war jetzt kurz weg. Da stand gerade, die Internetverbindung ist instabil. Hast du mich gehört? Ich habe eben kurz eingefroren, aber ich habe dich zumindest durchgehend gehört. Ah, passt. Dann passt ja alles. Ja, also so sehe ich das politische Aktivismus. Ich habe mich da eine Zeit lang für stark gemacht und war damals mit Kampakt und bin dann nach zu der Demo nach Berlin wegen TTIP und so weiter. Ich habe dann irgendwann festgestellt, das Beste ist, nachdem die Energie der Aufmerksamkeit folgt, meine Energie und Aufmerksamkeit zum Beispiel einfach nur in lichtvolle, liebevolle, aufbauende Projekte zu investieren. Ja, wo wirkliche Heilung daraus resultiert und nicht, wo man versucht, ein altes, marodes, satanistisches System zu retten. Meiner Ansicht nach muss man das einfach sich jetzt langsam absterben lassen. Und wir bauen währenddessen Permakulturgärten auf, neue Bildungseinrichtungen, nehmen die Kinder, wenn es geht, dort aus diesen Systemen heraus und handeln einfach wieder nach den göttlichen Schöpfungsgesetzen. Genau, da gibt es ja diesen schönen Spruch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und also das würde ich den Klimaaktivisten ans Herz legen, also diese Idee. Also ja, wie du sagst, jeder handelt ja aus seiner eigenen Sicht aus edlen Motiven. Und ich würde ihnen vorschlagen, also klebt euch nicht auf die Straße fest, beschmutzt keine Kunstwerke von Künstlern, die da ihr ganzes Leben hinein investiert haben, ja, die ihre ganze göttliche Schöpferkraft in diese Kunstwerke investiert haben, sondern schafft doch selber etwas, ja. Also ich würde ihnen vorschlagen, investiert eure ganze Energie oder richtet euer Leben dahingehend aus, dass ihr ja möglicherweise selber Gemeinschaften gründet, autarke Dörfer, die meinetwegen dann CO2-neutral sind. Also ja, würde ich dieser Ideologie folgen, dann würde ich, das wäre das, was ich tun würde, würde ich doch mein, ja, mein ganzes Wirken, meine ganze Energie in ein solches Projekt lenken. Weil ja, letztendlich, um die Aufmerksamkeit der Politiker zu erlangen, die Straße zu blockieren, sich festzukleben, ja, das werden sie wahrscheinlich auch selber merken, dass es nur den Unmut der Menschen auf sich zieht und dass sie da letztendlich nicht unbedingt da, also das mit erreichen werden, was sie ursprünglich vorgehabt haben. Aber auch diejenigen, die Gefängnisstrafen für diese Menschen fordern, ja, also auch die müssen sich bewusst sein, dass das möglicherweise die eigentliche Absicht ist, ja, also du hast das vorhin schön angesprochen, das Alexander Wagand, ja, also man muss, man muss schauen so, was ist die, was ist die Wirkung, was ist die Auswirkung von dem Ganzen und die Auswirkung ist das eigentliche Ziel. Ja, also wenn jetzt Stimmen laut werden, ja, steckt die alle in den Knast, wir brauchen höhere Gefängnisstrafen, dann muss den Menschen bewusst sein, dass diese hohen Gefängnisstrafen nicht nur für diese Klimaaktivisten gelten werden, sondern, ja, für jeglichen politischen Aktivismus, der, ja, möglicherweise den Verkehr aufhält oder, ja, die, das öffentliche Ärgernis erregt und so weiter und so fort, ja, also man muss das dann halt schon auch totalitär denken, ja, also die, diese Strafen, sollten sie denn kommen, werden nicht nur diese entsprechenden Klimaaktivisten betreffen, sondern dann möglicherweise auch, ja, also Menschen, die gegen diese Klimaaktivisten vorgehen und ich glaube, da fehlt es den Menschen noch an Bewusstsein. Also, das fällt den Menschen da auf jeden Fall an Bewusstsein und ich für meinen Teil habe dann auch entschieden, also ich würde nicht, das ist reine Energievergeudung, da jetzt versuchen, sich hinzustellen zu den Klimaklebern und so liebevoll auf sie einzuwirken und ihnen diesen Vorschlag zu machen, hey, nimmt nur uns doch die Energie, um was Schönes aufzubauen, das wird nicht, also vielleicht bin ich auch schwarz, aber ich meine, ich kenne das aus eigenen Erfahrungen, dieses Versuchen, jemanden zu missionieren, es braucht eine gewisse Offenheit derjenigen und es mag sicher sein, dass da auch solche mit dabei sind, aber ich bin mir sicher, viele von denen sind einfach im inneren Kampf und die freuen sich sogar, wenn dann der andere sagt, ey, du solltest jetzt eine höhere Gefängnisstrafe, dann können sie wieder dagegen schimpfen und das, die mögen das, das ist vor allem ihre Intention, das ist ja die Aufmerksamkeit und dieses Angetriggertsein, das ist nicht die, die Intention dahinter ist kein, ist kein Frieden bei den, bei die ganz vielen von denen. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu, also natürlich würde jetzt nicht jeder meinen Vorschlag damit Begeisterung annehmen, dennoch finde ich es wichtig, da Impulse zu setzen, weil viele Dinge, die wirken erst langsam mit der Zeit, also das wird mit höchster Wahrscheinlichkeit keine sofortige Wirkung erzielen, aber es wächst möglicherweise in ihrem Unterbewusstsein, ja, also sie merken dann irgendwann, ja, mit unseren Aktivitäten kommen wir möglicherweise nicht weiter, also letzten Endes bringt uns das auch nicht an unser Ziel und ich würde sagen, jeder, wenn er, ja, eine gewisse Reife besitzt ab einem bestimmten Zeitpunkt, kommt dann irgendwann auf den Gedanken, dass man es selber halt einfach besser machen muss, dass man es selber halt einfach vorleben muss, das, was man von den anderen Menschen fordert, weil wie du genau gesagt hast, also missionieren, so meint sich das auch nicht, also missionieren missionieren hilft in den seltensten Fällen weiter. Also man muss als Vorbild, um wieder auf dieses Thema zurückzukommen, wir hatten es ja anfangs, man muss als Vorbild tatsächlich agieren. Was ich einfach sagen wollte, ist, dass man anstatt dagegen zu argumentieren, so ja, was ihr macht, das ist ja alles hier böse, das ist ja alles, macht ja keinen Sinn, das schadet uns nur, wäre es halt einfach, wäre halt einfach mein Ansatz, ihnen halt Ideen zu geben, was kann man alternativ tun? Und auch wenn sie diese Ideen eben nicht sofort verwirklichen werden, diese Idee wird möglicherweise einen Samen setzen, der dann halt über die Zeit dann Früchte tragen wird. Ja, also sehe ich das auch, indem wir einfach auch vor allem, und das kann man eigentlich als einziges tun, an sich selber weiterarbeitet, weil dadurch wird man zu einem lichtvolleren Vorbild und dadurch heben wir insgesamt die Energie an und es ist ja alles energetisch verwoben und verbunden und insofern wird es irgendwann auch hier ein Peak erreicht sein, wann das soweit ist, das steht ja in den Sternen, das weiß nur Gott, aber gut, wir haben es auch in der Hand natürlich irgendwo, indem wir weiter uns Mühe geben, mit viel Willenskraft und Engagement am Ball bleiben und dann irgendwann, ja, wenn es dann diese autarken Dörfer meinetwegen gibt, wenn es wieder viele Menschen gibt, die wirklich, die werden ja dann auch so schön, ja, durch das Licht, du wirst strahlen, du wirst gesund, weil du wieder mit der Natur im Einklang lebst und die Leute werden automatisch dann da drüber gehen und sagen, warum soll ich denn in diesem Kack dieser schlechten Lebensverfassung oder weiterleben mit dieser Philosophie und ja, insofern, das wird denke ich einen guten Schwung an Erwachensimpuls dann geben und vielleicht gibt es noch ein paar Pharisäer, die dann immer noch festhalten wollen, aber das wird immer so sein, wahrscheinlich. Also ich bin gespannt, wie sich die nächsten Jahre entwickeln, es wird immer weiter der Hahn abgedreht werden für diejenigen, die in den alten Systemen stecken bleiben, weil ich wollte eigentlich mit dir noch tiefer auf das Thema Energieverknappung eingehen, aber das werden wir wohl ein anderes Mal behandeln, weil der Hahn wird immer weiter zugedreht, wenn du nicht den Schritt rausmachst, wenn das Erwachen nicht stattfindet, wird dir weiter der Hahn abgedreht, obwohl wir in einem Energieüberfluss eigentlich leben, aber... Ganz genau, ja, deswegen ist es natürlich von Vorteil, ja, also je schneller zu Erwachen, desto besser auf jeden Fall, weil wenn erst mal der durch den abgetreten Hahn das Wasser weg ist, dann ist es schwer, sich daraus zu befreien, also solange wir noch einen gewissen Handlungsspielraum haben, solange wir noch Energie haben, können wir diese Energie schon nutzen, um das Neue zu gestalten. Wenn wir jetzt einfach immer, ja, untätig bleiben und uns denken, irgendwer wird es schon richten, Putin, die Whiteheads, wer auch immer, ja, dann sehe ich da natürlich Schwierigkeiten, dann hat man es letzten Endes dann halt schwerer, also wenn man erst mal keine Mobilität hat, wenn man erst mal keine Handlungsmöglichkeiten mehr hat, dann ist man nicht verloren, aber dann, ja, es ist, hat man natürlich weniger Möglichkeiten, ja, etwas Neues zu gestalten oder sich zu informieren, neuen Dingen anzuschließen und so weiter und so fort. Da hast du vollkommen recht, ja. Ich unterschreibe alles, was du gesagt hast, also fast alles. 95 Prozent. Ich soll es gar nicht alles unterschreiben, also ich will hier nicht als Meister wahrgenommen werden, also auch ich sehe mich so als spirituell Suchenden und bin froh, wenn ich den ein oder anderen Impuls geben kann, aber jeder sollte auf jeden Fall mit seiner, mit seinem eigenen Herz und Verstand überprüfen, ob das Ganze auch für ihn stimmig ist. Ja, super. Das ist doch relativ rund jetzt, denke ich. Also vielleicht so eine Schlussfolgerung daraus, was du jetzt vielleicht so daheim, der du das Ganze angehört hast, mitnimmst. Noch mal eine Zusammenfassung. Erziehung kann nur dadurch stattfinden, indem wir an uns arbeiten und das vorleben. Und zu sagen, der andere soll erstmal den ersten Schritt machen, ist sicherlich nicht die beste Variante. Und ja, vielleicht versuchen, jede erdenkliche Möglichkeit, das schafft der auch wieder Lebendigkeit. Der Geist, wenn der Geist reinkommt, der hat Ideen und der bringt dann auch wieder neues Leben in die Materie, in den Körper. Und sich Mittel und Wege zu suchen, vielleicht ja, auf die anderen noch mehr zuzugehen. Und klar, in der stillen Meditation durch das Fluten mit Licht ist immer genial, aber auch aktiv, solange man hier diesen Körper hat und was machen kann. Ja, Mittel und Wege zu finden, irgendwie weiter andere zu inspirieren. Genau. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja. Na gut, dann lass uns das gerne zu einem späteren Zeitpunkt noch mal fortführen. Ich denke, für heute reicht es, weil die Aufmerksamkeitskonzentrationsfähigkeit auch irgendwann nachlässt. Wie wäre es, wenn wir alle gemeinsam jetzt einfach noch mal einen Augenblick uns auf den Frieden und auf die Liebe konzentrieren? Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, es ist doch wieder so, von innen nach außen. Erst Involution und dann Evolution. Erst mal den Frieden im Inneren wieder erschaffen. Sonst geht es einfach nicht. Ich danke dir von Herzen, Lukas, für dein Wirken. Ich werde deine Kanäle darunter verlinken, deinen YouTube-Kanal. Und ja, auch ich bin mir ziemlich sicher, es kommen natürlich immer wieder neue Abonnenten hinzu und ich habe keinen genauen Einblick darin. Aber ich bin mir ganz sicher, der überwiegende Großteil meiner Zuhörerschaft nutzt jede erdenkliche Möglichkeit schon, um das Licht zu verbreiten. Aber ja, also alles Gute und bis zum nächsten Mal. Namaste. Ja, vielen Dank und Gottes Segen.